so soll ich wieder kloppen ok macht ihr ran wieder finger zeigen du hast nicht ewig zeit, das springt ab ja und jetzt ok der ist jetzt kaputt gegangen, das heißt wir müssen mal die ich hab ja genau auf dem nagel ja ja verstehst was sie meinen, aus deiner sicht nagel getroffen von serversicht daneben aber die anderen haben ja geklappt ach also ich hab noch mal noch nicht geklappt wie hörste sieben kapiert und wachsen dann ja ja ich bin da mal ja vorsicht, da war zwei ja ich mach's was ist das ey hättest ja deine drei barren noch geben können ja hättest du ihn ja noch mitgeben können ja hättest du ihn ja noch mitgeben können ja ich hab ihm alle meine barren gegeben er hat mir die wieder zurückgegeben also er nimmt immer nur das nötigste mit aber kommi, die anderen haben geklappt, einmal frei weißt du aber das lustige war, wo ich selber ran gesteckt habe, hat nix geklappt wo die dann ran gesteckt haben, dann hat's geklappt da war halt ganz kum hier oh du hast schon ihn ja hübsch also bin ich der letzte doof ja nein das ist der server da kannst du nix für ach, das hat doch geklappt ich merke nur aus deiner sicht haus er da genau drauf aus unserer sicht auch aber vom server das sagt du nö das vernehmen wir auch warte, das war ihm grusel das war ihm grusel ich hab die eyeballs gesehen mein gott, ihr habt selber welcher wollte da nicht rumspielen ich hab noch einen gefunden, der Atasma mal sehen jeder mag Atas na klingt hohl kann ich auch sagen kann ich auch sagen na man könnte ihn behalten ich bau mir neun auf Vitrill äh, nicht Vitrill, sondern, äh Elektrum also aus dem Material wo dein deine Schmetschlinge draus besteht aus dem Material wieso machst du denn den denn mal einen Hammer aus äh, Mitrill also dir hat da, wieviel Eier hat das da schmettert? so zehn, zwölf Dinger hat er zwei Mitrill rausgekriegt naja, das wird jetzt lustig ja, aber ein Hammer aus Mitrill mach jetzt oh, diesmal mal erst den das ist der falsche Hammer das ist der falsche Hammer das ist der falsche, ist doch scheiße oder? ne, eigentlich nicht der ist besser mit dem du kannst du prinzipiell schlagen und äh, musst weniger du musst nur einmal hiten dann ist das Ding drin ne ich zahl Vorsicht, ey Vorsicht, ey oh kommt auf die Kraft drauf an habe ich gemerkt ja, das Ding ist du musst doller schlagen aber wenn du daneben schlägst machst du das Material kaputt hörde 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 bunte Lampe möge sie uns auf ewig an unser Leiden erinnern oh Gott hoffentlich muss er das nie wieder machen du, wer verliert seine Lampe? glaub ich nicht hat er einen? hat er einmal hat er einmal hat er einmal die hat einmal schön die Lampe verloren und wer hat sie gefunden? ja nie zu ey, ich hab nur ein Eid verloren wie viele Pfeile hast du verloren? zuh zuh war weg zuh war weg alle waren da plötzlich waren alle weg war kein Weg dafür was hast du denn? Müdigkeit bei ihm naja naja ich glaub ich möchte jetzt was besser denn morgen Mine? oder irgendwas? denn morgen der letzte Zeit über anstrengende Tage und dann halt noch VTA dazu und das kann man verstehen jo denn halt morgen die Mine? weil ein bisschen ein Nervweg dem scheiße ich sei was der gerade versichert naja naja Leute gut danach wie ist meine kleine Wilde? oh du wolltest eben deine Augen picken ja meine Kleinen Atta nicht Atta nicht Atta nicht Atta mhm mhm oh jetzt trennen meine Augen weil ich müde werde ah 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 ich weiß auch immer das geilste die Leute die das herstellen wissen nicht was sie damit tun dann tragen die das eine Weile und dann wirf ich sie dran weg ja das geilste fand ich ja wo ihr für ihn denn die Macht habt danach haben wir zwei gefunden hä äh hey jetzt wird hier wieder nur rumgeeiert Hab, 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 hab ich? Ja, hab ich ja nicht in die Minen gekommen. Ja. Ich hab ja mal die Fakke gehabt. Ich hab gesagt, kommt, kommt. Kommt. Wir wollten euch als erstes diese Sperr machen, also diese Leuchten. Damit, bevor wir runtergehen. Aber es hat wieder zu lange gedauert. Den Scheiß kannst du weglaufen. Aber schön, ich hab ne Tasche gefunden. Ist doch schön. Für dich vielleicht. Ja. Für dich etwa nie. Ich hab die Lante jetzt. Ich bringe HP. Oh. Wenn ich jemandem in das Inventar gucke, und dann sehe ich diese Waffe, und siehst du ganz genau, okay, das ist ne große Waffe. Und dann siehst du die und dann denkst du, das ist so ein kleiner Degen. Stattdessen ist es das hier. Ja. Nee, mein Index hing irgendwo. Ich brauch nur nen Hammer. Ich wollte eigentlich die Hand wechseln, aber jetzt machen wir uns eine schöne Zeit zu dritt. Gar nicht creepy, ne? Toll, er bewegt den Mund, da kommt auch nix raus. Ich sag auch nicht. Ja, was wollen sie uns damit sagen? Nichts, gute Nacht. Alter, was ist mit deinem Kopf los? Ich hab ihn über den Rücken gelegt, nun nicht mehr. Ich lieg auf'm Rücken. Ja, aber im Spiel hast du halt nur dein... Du hast dein Backpack im Gesicht. Ja, ich seh auch den scheiß Rucksack. Wo ist der Kopf? Alter. Du siehst so bescheuert aus. Oh Gott. Dein Backpack-Helm. Dein Backpack-Helm. Oh, was haben wir denn da? Oh, was ist das? Gib her, ich mob. Du bist das. Ich sehe sie nicht bescheuert aus. Oh, come on, man. Who's done this? Should we spinnen openingen auf VX? What? VX. Oh, nein. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. It was for me. It was someone. I don't know. He went in. Destroyed them. Das ist creepy. Das ist wirklich creepy. Das ist wirklich creepy. Ich versuch gerade, das Ding einzustellen. Woogi woogi wooo. Hm, ich weiß gar nicht, wie er in den Müll reinsteigen kann. Ach, scheiß Rucks. Woogi wooo. Ich hab echt null Ahnung was ihr noch vorhabt. Ich mach auch gleich. Ich wollte so gerne in die Mien, aber lohnt sich nicht für mich. Ich weiß, du hast auch Sachen, ne? Ähm, Gehrfinger. Boah, das wird ja noch irgendwie. Bevor ich noch unnötig Nahrung verbrauche, ich lock mich aus. Okay. Ich auch. Ist egal, ob wir genug Nahrung haben oder nicht. Ich geh dann ein bisschen vorher und sammle Nahrung und sonst was. Hä? Achso, wir müssen ja Holz da reinpacken. Ja. Normales Holz. Dann klappt's. Das heißt, morgen Holz sammeln. Ja, und zum Löschen der Fackel müsste die wieder in Backpacken. Also an der Seite geht das nicht aus. Okay, ein Holzstück ist... Ja, ein Holzstück ist nicht genug. Du musst halt deinen Backpacken, deswegen brauchst du den letzten Backpacken. Holz. 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 Was kann was? Ich hab mir eins gegeben, hab ich reingepackt, hat kurz und dann war es weg. Du musst halt mehr reintun. Ja, hast mir ja bloß eins gegeben. Du bist schuld. Uh. Nö, dass du kein Holz sammelst. Alles da reintun. Das blöde ist, die verbrennen halt super schnell. Also... Echt Holz sammeln, damit die Dinger anbleiben. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie... Leuchten... In which... Es geht. Ja, du stark. Geht. Gut. Ja, aber die ist halt auch drauf dran, wenn es ein Gürtel hast. Je mehr du drinne hast, umso stärker leuchtet es. Okay. Und bei 40 hast du ein Maximum erreicht. Wie... Wie viel? 40. Bei 50 hast du ein Maximum erreicht. Okay. Deswegen, also ich logge mich aus. Ich hab eigentlich alles für die Mien. Deswegen müsstet ihr gucken, dass ihr dann... Also wenn ihr morgen mit wollt, ne? Ja, nein, ich hab ja extra... Deswegen die Potion und für ihn... Holz. Ja, er hat extra zwei Potion. Ist gut. Und das? Oben. Und das oben. Das ist ein Schild. Achso. Oh. Cool. Oh. Gefunden, ne? Ja. Die fehlt auch in Holz, glaub ich. Ja. Ja. Hackig. Morgen für uns Bäder Holz. Ist kein Problem. Oder hast du alles reingetan, was du hast? Ich hab alles reingetan, was ich habe. 42. Ja, es geht. Reicht. Genau. Bis zur... Weiß nicht. Ebene 7, äh, so reichte. Ja. Keine noch welche, so... Du hast ja nicht. Und in Noten hab ich immer noch diese Lichtquelle. Ja. Ihr habt ihn gesehen, der hat so ein komplett leuchtenden Schwert. Aus dem Kristall. Das sah richtig geil aus. Ja. Ja, die findet man. Hatten wir auch schon. Ja, okay. Ja, wieso behaltet ihr die als Lichtquelle? Für mich wahrscheinlich. Nein. Oh, du machst so. Oh. Oh. Tanzt du, ja? Ich mach mal so, weil ich gucken will, wo meine Begrenzung ist. Und die ist... Ja, gar nicht. Du, äh... Meine Begrenzung ist hier. Der eine. Und der andere ist... Hier. Du, du hast ja die Rift, ähm, Dings da drinnen, ne? Also ich hab das als... Selbst mit Rift kannst du's ja machen. Kannst du's ja einstellen mit Steam. Da sagst du ganz einfach, dass du stehst und das ist ne Einstellung von zwei Minuten. Wortwörtlich, zwei Minuten. Da sagst du ganz einfach, dass der Hetz auf dem Boden ist, also Null. Legst du in der Mitte, zack, 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 zack. Also weiter, 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 fertig. Ich mach lieber. Ne, jetzt siehst du dann die Linie. Hier ist die Begrenzung. Und... Hier. Ah, der hat. Hm. Also ich hab hier... Wie viel ist das? Ich hab halt auf dem Boden. Wenn er weg ist, bist du dran. Ich hab um... Ja, ich hab... Ich hab dreimal vier Meter Spielraum, wo ich mich bewegen kann. Wobei darfst du ihn enthalten? Hm? Nee, 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 nee. Blüm. Oder lieber so. Mit nem Fingernarsch, oder? Hast du dir so den Finger gemacht? Mit nem Fingernarsch. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Akepacke... Ich bin... Lesbisch, wie gesagt. Ich bin... A... Ha... Akepacke... Kuchen. So, ich block aus, bis zuvor. Akepacke Kuchen. Ja. Also ich bin morgen wieder da. Ah, wann? Selbe Zeit ungefähr. Hm? Selbe Zeit ungefähr. Selbe Zeit ungefähr. Ah, äh... Sech... Es wird geschrieben, von so anderen Gästen. Wenn jetzt so lange so... Bis... High five passen. So... Wie nenne ich die Folge? Lass... Lass dir was einfallen. Leuchten Terror? Es werde Licht. Es werde Licht. Ist ja nie. Wir sind da alle so dumm wie vorher. Also Licht ist bei uns nicht. Mmmmmh... Mhhmmh... So... ich bin jetzt weg, ne? Also bye-bye... Bye-bye! Tschüüüüüüüät! Ich zwei Leute. Das musst du uer бывает und machen. Pff ... Hadhaaaaaah. das muss sein ach mal gucken, ob ich irgendwann ein Brexit ich bin zufrieden also, bye bye zu viel ist auch nicht gut zu viel was? zu viel ist auch nicht gut oder? nö, nö Doppel D klingt zwar schön, aber ist zu viel so wo sind die alle hin? ich kratze jetzt bloß nach innen was war da denn? ich hatte fünf davon wo soll ich quälen? so, aber gucken wir mal, was er gesagt hat viele verstecken komm, wir gehen so eh mal rum ob wir jetzt schon noch was liegen gelassen haben ne? wir gehen so eh mal rum, ob wir noch welche rat liegen gelassen haben um mit der und nach unten auch oh, okay Ja, da kannst du eintauschen gegen Goldmünzen. Nächstes Fleisch können wir uns auch wieder machen. Rotenfeder sammeln wir jetzt ein. Natürlich feiern wir auch. Boah, look over. Neu. 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 freilich steiler gehen wir in den goblinlager ganz kurz noch ich bin auch wieder über mein soll du ich hab schluck auf und das heißt auf jeden fall das ist so viel macht aber das ist der holz kann man doch kloppen müssen wir sowieso machen du hast guck auf dein hunger oder dina gute feiler wirklich müssen hat jemand gut weggeschmissen oft unten oder oben unten lang ah hier holz hello uh upside there enemy he will kill you i say only he won't kill me i have to march max help besides he's just a puny single enemy und 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 wieder nicht jetzt das singen das singen das Wo bist du, Schnucki? Wo bist du? Ich kasse den Nebenbaum, willst du? Unter dir. Warte, erst mal oben. Ich bin irgendwie schneller als du. Meine auch. Ich bin irgendwie. Ich brauche unbedingt den Skill für den Holzfuzzi. Dass ich ihn verschütteln muss und so. Würde einigend erleichtern. Ich brauche unbedingt den Skill. Und wie viel Holz hast du schon? Hm? Wie viel Holz hast du schon? Keine Ahnung. Äh, zwanzig. Also wenig? Naja, ich bin da hier an Hacken und hier ansammeln. Wöcher! 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 Ah, da kommt nichts. Ah, ich hole erstmal den um, genau. Hohlschwung! Tipper! Scheiße, was ist da? Gott, ey, dass der Seen nicht mal rasieren kann der Wurm, ey. Äh, wo kommen jetzt die Glätter her? Ah, okay. Schau mal gegen das grüne Zeug da. Jo! Hm. Ach, da ist die Stelle. Manchmal findet man überhaupt nicht die Stelle. Gumi, wenn ihr mit einer Hand schlage, äh, traffic. Mit zwei Händen kannst du vergessen. Kannst du, glaub ich, ein bisschen aufsammeln, oder? Was? Ich glaub, du könntest mal ein bisschen Holz schon mal sammeln. Jo! Oh! Oh! Ach, die Holzbombe wäre am besten, ne? Ja. Immer schütteln und fertig. Ja. Spalt mir hier bloß den Schädel, ey. Was? Soll der hier den Kopf spalten? Gibt gerne. Nein, 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 nein. Ich hab gesagt nicht. Das war keine Aufforderung. Ach doch. Da, stumpf. In stumpf noch. Oh, ich hab auf jetzt mit den kleinen Pfeil-Dinger. Sonst krieg ich nur eine Krise. So fang ich wieder mit diesem Scheiß an. Ebenfalls ganz viel, äh, Holz permanent machen, ne? Da hauen. Dass du dann auch da Levels kriegst und dass wir dann, äh, den Level, löwen können. Mit sammeln. Oh, da hat's eben wieder einen Schaden bekommen. Ja. Hier bricht mir gleich. Ja, die Steine, äh, gehen ja auch ohne Probleme, wisst du? Wenn du zwei Steine ranklopst. Ja. Ah, okay. Wir machen sowas, okay. 123. Ja, das ist meine Nummer. Ja, das ist meine Nummer. Hallo. Hallo, pass auf, wir haben ja Holz hier. Ja, das ist Fleischbraten. Ja. Ähm. Warte mal, ganz kurz. Oh, ich stehe da, stehe. Okay. Ach, ey. Kabel, ey. Ich saß. Ja. Kenn ich zu gut. Ähm. Wo bist du? Ja, unten. Ja. Ja. Ach, komm schon. Oh, eins lebt noch. Eins lebt noch, habe ich gemerkt. Irgendwie fühlst du dich richtig bei mir. Nee, brauche Fleisch, du gemeinnig. Hab, 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 hab. Nein, ich bin der Idiot. Nein, einfach abwarten und dann die nachlegen, weißt du. Nur vorher die komplett zu fuck holen. Warte mal. Okay. Okay, jetzt gucken alle. Wie sieht dein Essen aus? Mit Nahrung hier. Ah, so ist es noch Neofelfte, ne? Also meins ist halt permanent mass bing, wenn es so fälfte ist. Hier, von dem Baum kriegst du ganz viel. Den großen da. Hallo. Guck mal rechts von dir. Hallo. Von dem großen Baum kriegst du ganz viel. Rechts von dir. Wisse, der große lange. Ja, scheiße, von dem fällt der dir nicht. Auch von denen habe ich letztens extrem viel gekriegt. Irgendwie will das nicht, was? Was ist der Voodoo oder was? Oh. Eins. Zwei. What? Ja. So, schneidest du? Ja. Ich schneide. Ach, das habe ich jetzt vergessen. Was? Hier. Hast du... Du hast genug. So. Das ist kein verkultes. So, jetzt kann ich das dir mal versuchen. Oh, jetzt habe ich 153 drin. Also nix mit, höchstens kann man 50 reinmachen. Nö, ich habe 153 drin. Nee, ich habe die größte Helligkeit. Achso. Mach mal. Klick, klick. Oh, Mann. Oh ja, es geht, ne. Nur nicht gerade weltbewegend, aber es geht. So, sammelst du? Oh, Holz. Hm? Du kriegst ja auch immer von Gegnerholz, deswegen. Cool. So, und jetzt geht's los. Hehehe. 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 So, wo lang willst du, dass er fällt? In der Längs? Ja, wa? Glaub, das kann man nämlich... Bestimmt. Hehehe. 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 Fällt der immer dahin? Hehehe. 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 Ach du Scheiße. Lass ihn rollen. 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 Aber die Blätter fallen allein ab. Das Kacke. Jaaa. Ich dachte, den kann man irgendwie... ...machen dass er Wonders ihn rollt. Lass ihn rollen. Lass ihn rollen. wirst du was ich meine den beutel dafür wir erhalten nun wieder die granate richtig geil verarschen oder was ich glaube der kann so raushebeln die hier geschehen ok wieso liegt mein bogen hier oh hier willst du ich habe eben einen eisenbogen gefunden der war da drin ich hab schon einen willst du einen? ich hab schon einen willst du einen? ich hab nicht einen weil ich hab ja meinen noch ich dachte den hab ich verloren aber ich hab meinen noch coole sache das war der stark cool ne der doofe ist halt bloß du kannst ihn nicht als wie heißt jetzt nebenwaffe machen deswegen will ich gern die eine seite halt so nen tool scheiß dran haben wirst du? ich verstehe ufa stehen geht da überhaupt was? ja muss ich mich hier so komisch bewegen mit dem ich überhaupt licht habe habe und die zwei blüberrie immer in der rütze mach ich habe das ding verarscht mich Ist da noch irgendwas dran oder wie? Ja, so ein ganz kleines Ding, aber die kriegen die weg Ganz kleine kriegen die weg Ne, doch nicht Uh, jetzt weg Hm, kompiser sagt nein Oh, da ist drauf Oh hier, den müssen wir jedenfalls Nein Nein Oh, nee, jetzt wieder der Bug Was ist da der Licht? Es gibt's Gibt's einen Drecks Bug, der hat mir Letztens mal Tiere angekotzt Da fällt dir immer permanent deine scheiß Axt außer Pfoten Oh, okay Oh, ich weiß nicht, wie viele Bäume man hacken muss, bis man da in dem Level erreicht Oh, bestimmt sehr viele Ach Ich passt mit denen da Ich würde vorschlagen Ich würde vorschlagen, wir gehen in eine Stadtwehr zurück Warte Es ist keiner zum Hauen, siehst du Bloß die dunklen Und dann mach ich für heute Schluss Okay Ne, aber du kannst bloß die... Ach komm, mach mal den noch Du kannst bloß die dunklen Ach 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 Die Axte, ganz ehrlich Ach 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 Ich würde sagen, wir haben ja eigentlich gerne so eine kleine Steinachse, willst du? Ach 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 Ak Ach Ach Oh, gut Ach 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 Wow Ach 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 komm spiel doch erstmal staubsauger das wackelt irgendwie so ganz bohre hier ich will mal echt spielen an der fuhrt nicht und was waren die ich war baum ich war holz fäller ich war schmied was das haben sie alles gemacht ja okay du musst also den großjärz von den kleinen drin so und jetzt kannst du ja mal du kaputt die wachsen ja wie blöde guck mal hinter mir schon wieder toll axt ist mir handy feilen und weißt du was klar meine figur gezeigt hat mittelfinger bestimmt was tut der axt mittelfinger nach dem motto du arsch fällst ihn runter hier ist ja auch der der schreien für den dingster boomster für den holzfäller können wir dann auch mal gucken geht wie viel war haben ich glaube das wird nicht viel und wie viel abteil macht oder die exe kaputt hinter dir da also für holz verbraucht die jahre nicht du für holz verbraucht die jahre nicht ich hatte ihn schon verbrannt hm also bei mir hat sie jetzt gerade mal 10 weggebrannt so ich war zu dem zimmer schreien ich glaube der ist da oben oh der hakt aber plötzlich ich habe plötzlich 10 fps plus gehabt oh ja oh alter böse aber ich habe plötzlich 10 fps plus gehabt vielleicht drei oder vier jetzt gehts wieder so mal gucken was was jetzt hier ist ja hört Tim mal schreien ach wirklich würdest du mich verarschen ah gut so leg du mal Hand drauf da können wir noch fröhlich hacken du und dann ist das hier nimm mal das da rein genau das da ja genau so und das kannst du ausprobieren das ist nämlich den will ich haben du kannst es halt nehmen schüttel schüttel bis es glüht und in den Rupf schmeißen ja du musst schon guck mal beispielsweise das Stöcker schüttelts achso ich kann es nicht machen was ich nicht meinst und jetzt da rauf deswegen ist das geil kannst du mal die kleinen Stöcker machen und mal die großen das ist halt die Jute ansonsten interessiert mich der Holzfilaskel überhaupt nicht aber der ist geil weißt du der hat schon was ne wenn du schnell Holz brauchst so einen Baumast einfach einmal schütteln genau genau brauchst du den wo du sammeln der Dobe ist natürlich und der andere kann ganz schnell das Paket aufsammeln das ist halt der Dobe aber ansonsten du du aber keinen interessiert pass auf ist ja der genaue Gleichstellung wo sie sagen über den Cloud wird man gebannt ich habe gesucht man kann kein irgendwie hier gibt es gibt es keine Option nach dem Motto hier der hat die Cloud oder sonst was gibt es da einfach einfach nicht aber es gibt ja auf der Webseite einen Support oder sowas meinst du den Support wie der erklärt hat über installiert wo sie gesagt haben geh zum Bot und der Bot macht aber gar nichts weil da der Link nicht ist also sogar die ganze Station ist für den Arsch von dem Spiel ist noch mal Eifers beschwer dich nicht noch darf die alles gewähren es gibt noch andere Eifers die sind besser aber an sich wenn die kostenlos bleibt das ist gut warte weil du dich auch ein bisschen doof findest die haben ja die Rüstungsding vorher kannst du ja Rüstung machen ne und dann haben sie rausgenommen haben sie komplett rausgenommen ok soo wollen wir weiter Holz hacken oder oh der große Baum steht wieder der große Baum steht wieder oh nein aber pass auf wenn du runter gehst du kannst die Natur runter porten borten ist immer so eine Sache ne au soo können wir alle hacken alle ok die nicht die nicht den wirklich großen wo warte mal wovon hast du gehackt von welcher Seite und welche ok dann versuchen wir diesmal andersrum mal gucken ob es andersrum fällt besser als nix du mal ganz ehrlich also schon besser als vorher na 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 hör auf hör auf hör auf hör auf hör auf den weiter zu drehen ich meine die ich meine die Baum so was meinst du den hier weg ne und dann müsste der gerade fallen ich würde einfach mal in der Mitte trennen ich würde einfach mal in der Mitte trennen würde ja ok so bingo 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 nein nein bleib da ja mach mal ein bisschen schneller in der Mitte durch jo so den jetzt da lang schieben wir können den nämlich schieben nicht dagegen laufen wir können wir schieben den nämlich automatisch schieb mal den da zu dir den weg 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 soo soo jetzt müssen wir eigentlich den alt kriegen können ne jo doch so soo wie gesagt wenn die Achse im Arsch ist äh einfach zwei Steine und so ein normales Ding wisst schon ne zwei äh schwarze schwarze Steine und dann hast du oben eine einwandfreie Axt und die geht auch nicht kaputt ok da ist hier eben der ja 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 bitteschön pack das andere Ding bei dir ein danke hast du zwei schwarze Steine zwei Feuersteine ah danke hau äh achte auf den Hunger achte auf den Hunger achte auf den Hunger achte auf den Hunger er kommt mit dem achte auf den Hunger achte auf den Hunger achte auf den Hunger achte auf den Hunger hier aufwenden muss also überhaupt hier eine art drin kriege sie dürfen kein sport machen was machen sie denn hier sport scheiße behalte das ding die schneide würde ich behalten wir müssen doch bloß noch den griff die schneide an deine stelle behalten wir müssen ja bloß den griff zusammen passen griff ist ganz leicht griff können wir die klee zusammen passen also kein problem immer schön weiter was willst du wieso ich den benutzen ja also wenn du noch ihn hast dann kann so machen ich überhaupt also gegen die wand ok er muss ja aussehen ein weg hier hacke naja jetzt mein namen und so sehr interessant so das war eben eine akte 2 hier da machen wir dir hier gleich mal ein neue ding wenn du willst da musste mal gucken ob du denn irgendwo so einen rostigen äh 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 meißel findest weil hammer kann sie ganz einfach selber basteln weißt du mit einem stein auf dem stock also normalen stein auf dem stock aber meiste ist was anderes das war ein akt also jetzt habe ich muskeln du sie und ich habe spaghettis nur spaghettis ok so pass auf äh wo ist denn hier hammer normal stein normale stein komm wir machen dir mal ein griff oh da bist du auf die weg pack ich sie pack ich sie okay guck mal da wo taun auch mal schön nimm eine hand du brauchst nur eine hand nehmen und dann immer so genau vermeidet und das würde ich nicht verlieren an der über eine stelle ich habe es nicht so ich weiß auch nicht wie das ding zielt weiß wer meine ob das nun heißt mache ich sie so so scheite dass da level zählt oder nee keine ahnung also bei den meisten spiel dass die 0,15 dinge am besten sind weil die halt eben wenn die kaputt gehen wisse wenn die kaputt gehen wisse wenn die kaputt gehen wisse ach lieber mit einer hand und dann immer so das schwingt automatisch genau mein Ich werde noch ein Stück stehen. Die ist der, deswegen lasse ich Ihnen mithelfen. Ich liebe es. Irgendwie will das nicht. Oh, jetzt. Danke. Danke. Steig runter. Ah. Der gibt mir Kraft. Ah. Schön weitermachen. Hey. Da liegt. Da. Oh, der hier. Oh. Oh, mein lieber Erlangsfein. Ja, ich bin ein Lastenkragen. Oh. Oh. Denk da dran, guck nach so'n, so'n... Meißel. Puh. 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 Und achte auf dein Essen. Ja, da noch, halt gut. Okay. Aber der Pilz, der laufen konnte, der wird nie kleber. Ich bin ein Pilzen mit Bienen. Jo. Ich wollte ihn ja einstecken, aber dann ist er schon. Irgendwie so, irgendwie so. Guck auf. Ich will er auf meine Schulter tragen. Was, du willst mich auf deine Schulter tragen? Halt das ja richtig verstanden? Ich will den am liebsten noch auf deine Schulter tragen. Achso, ich dachte eben, du willst mich auf deine Schulter tragen. Äh, nein. Wieso denn nicht? Äh, ja, hier sind wir richtig. So, Feuer. So, Feuer. So, Feuer. Äh, hast du irgendwas auf Stein? Du? Was? Irgendwas auf Stein. Äh, nein. Scheiße. Wird ein Stein zum Feuer machen. Mann. Ich werde angerufen. Okay. Du musst meinen Kopf weg. Ja. 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 Ja, okay. Ich bin er. Du musst meinen Kopf weg. Dann machen wir dir deinen Dingster-Wunster, ne? Ja. Wolltest du nicht noch wegen dem Discord? Äh, hier hat es verdiegen lassen. Ja. Ja. Da hat er geschenkt, keine Ahnung. Oh, das ist so Meiße, was ich meinte. Gib her, gib her, gib her. Ich kann so wie ne Axt benutzen. Wenn du willst. Ja. Ja. Guck mal weg. Hallo. Hallo. Ich kann... Oh, oh, oh. We... Uh, you can make light. Can you make light? Oh, you have the stone? You have the stone? Nope. No stone. No stone. No stone. Oh. Sucht mal den Stein. Stone. No. Ich werde dir einen Wettbewerb geben, dann wird es eine Proteste. Ich werde dir einen Wettbewerb geben, dann wird es ein Wettbewerb geben. Ich werde dir ein Wettbewerb geben. stein 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 irgendeinen stein normalen oder schwarzen seel irgendeinen verkackten stein das ist es dir bingo ab hallo hallo aus dem ersuchen klappt so 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 wo da wo bist du da er weg o o o du ach ich krass das mit ruflin d tag hm das gehört nicht mit oh du kannst hohen ach hier aber du kannst einen kleinen stock suchen bis so 05 stock die liegen da herum so 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 hier 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 ok ups es ist irgendwie ein hammer so wenn jeder nimmt so bisschen tiefer geht es nicht warte 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 das sind ja drei dinger was du machen musst brauchte man eine weile so wirst du machen richtig darauf ziehen immer auf den blauen und dann ja bis jetzt oben ist und weg da kommt schon ein bisschen mit schmackes ja mach du mal ich hab da bloß einmal gemacht und dann das sind halt nur 15 werkzeuge deswegen brauchst du hier mit unlänger bist du dreh da hebel ja ja das ist halt weil es billig werkzeug ist wenn du dir das werkzeug selber schmiedest dann ist es natürlich ganz anders so drehen sie bitte ich will das unbedingt mal abo meißel machen willst du mich gerade angraben oder was soll das heißen ja ich hab noch was getrunken das sah aber aus als ob du mich angraben willst das hat ja hier in arbeit aus drehen sie bitte irgendwie kommt gerade die sensoren kommt noch nicht mit oder oder Warte, warte. Ach. Wird nicht so, was ich mir mache. Das ist mein zweites Zeug. Drehen sie. Halt, halt mal. Wenn du irgendwie Handzeichen machst, sagt Bescheid. Ja. Alles gut. Weißt du, was ich immer hasse? Immer wenn da welche sind und die haben irgendwie Mikrofonprobleme und dann zzzzzz. Boah, jetzt hat sie mir die Pest. Weißt du, was ich meine? Na ja. Es hat doch eigentlich so gut wie jede VR-Brille eingebaut, oder nicht? Was? Es hat doch jede VR-Brille eingebaut, oder nicht? Keine Ahnung. Also, ich habe bloß mir einen Index. Ach, meine Index. Vive und Oculus haben eigentlich Mikros. Ich weiß bloß, ich habe meinen Index. Weil ich habe mir so überlegt, weil es hole ich mir, weißt du? Und die Vive ist jedenfalls zu teuer. Da wird ein Index bezahlt, bezahlst du bei Vive schon allein die Brille. Weißt du, was ich meine? Und da die Index halt so eine Kooperation zwischen... Ja, aber pass auf. Die, äh... Die Index ist ja eine Kooperation zwischen Valve und Vive. Und die... Und die Index hat bisher die beste Auflösung, Herzzahl, bla bla. Also, das ist bei Weitem billiger. Na, selbst als die Pro ist billiger. Hat dann auch, äh, mit die... Hm? Ich bin mit meiner zufrieden. Natürlich, wenn man das schon hat, dann... Wieso soll man sich was Neues holen? Ich hab mir halt alle zusammen für, was hat der? 1079, ne? Und Komplettpreis ist das schon billiger als die anderen. Und die Rift... Die war zwar der Vorreiter von allen, aber... Naja. Ne, so der Hammer. Also von Tracking ist die Rift halt mir so... Tolle. You can help us? You have... You have... You have a better? You have a better one? Or like... Oh, a better chisel? Yeah, I do. I'm gonna use that for a second. What? Why is... Hey. Oh, yeah, you can borrow it. Oh, yeah. Because... Can we... Also for you make, you know? Of course, you ask help. I help with you too. Ah! So weird. So... Ah! Wehe, du rührst das Ding an. Ah! Ich mach weg. Dreh! Rie! Roi! Asus. Roi. I don't know what me measure. I'm fucking dead. Pffft. 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 Seid automatic. Sie ist deswegen Hammermeisse. that's right! Why? Re... what I might end a kinda of the fmma team! Ich kann es nämlich alt machen, weil da oben dem Lied so zinnig erscheint, willst du so was du willst? Ja, ich mach es mir selbst Wir können auch deinen Weg machen, weil du uns geholfen hast, dann musst du nicht du weißt? Ja, ich versuche nur zu machen, um zu bekommen Kannst du eine wiederholen? Oh, warte Okay, ihr braucht zwei Und wie will das Ding wieder nicht? Ja, fertig, war Ja We must sell, thanks So, hast du meine Axt? Die solltest du wieder kriegen Ja Danke Ich überlege, ob wir ihn fragen, ob bei uns auch nochmal die Ding allein kann für das Ding Was ist das eigentlich? Ist das eine Axt? Gute Frau, nächste Frau Ich weiß nicht Eine Frage Ist das eine Axt? Nein Nein, das ist ein Battleaxe Also, es wird nicht die Bäume zerbrechen Es wird nur... Oh, okay Oh, okay Das ist es Cool Ehm Du willst? Nein, ich bin okay Das ist ein bisschen rasierend Kleines Messer Hm Hm Kann man wohl wussten, ne? Puh Ah, siehste, das müssen wir machen Auf jeden Fall So Gehen wir mal zum, zum, äh, Tresor Ähm Siehste Muss ich mir wieder rein klemmen Wenn ich die wieder abnehme, ist ja hell So Tresor, Tresor, Tresor Muss ich schon wieder länger gemacht, als ich wollte Ja, so Schöne Ah, komm, mir ist nicht mehr schlecht Schöne Was? Ich habe kein Wort zu verpassten Hm, ja, kannst mitnehmen Das sind halt die Dinger, was man findet Findet man zwar Wie sie hofft, aber Wo findet die? Ja, Fleisch Hm Ähm Äh, bis vor Ich werde so Fleisch aufzunehmen Hier, 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 hier Mein drittes Fall Nein, ist sie nicht Das ist doch ein Fleisch Das ist die Fall Das ist magic Ähm Okay Okay Siehst du auch die Feder? Hm Siehst du auch das? Feder und vorne? Das ist nix Okay, wie ist deine Feder und so Das ist nix Seit wann hast du mich akzeptiert? Nein Nö, ein Eisenfall Aber verwussten Oh, das ist nix Ein guter Fall Ja Die anderen Dinger Aber wusste ich jedenfalls Weißt du Wie fand ich gefunden Aber das andere Metall So kommt auch ein Metall, ne? Das sind die Dinger, das sind die Dinger Das sind die Dinger Das sind die Dinger Wie steht da hier drin? Das verwurstigt, das verwurstigt Hm Gute Frage Ich meine, deswegen können wir zum Fern gehen Äh, zum Ofen Wir gehen doch nicht mal um Wir gehen auch mal umgucken Gucken Vielleicht hat er mir da was liegen lassen So manchmal der Fall Ja, ich war davon Da ist nix Außer Ich hatte das Holz Okay Okay, dann zur Schmiede Oh, jetzt kriege ich den Schucker Oh, hallo Ähm I give you a tip The money make in the bank You know No No Not my You can also make your microphone on Oh Was Willst du, was ich nicht verstehe? Dass die meisten die Englisch sprechen Totale Arschösser sind hier In diesem Spiel Verstehe ich hinten um vorne So Hab ich schon oft das bemerkt Und dann hören die Seonen an wie kitties Also Wieso Äh Äh Dingsabumsa guckt dann zu Äh Ah wie heißt er Äh Die Ah wie schon Arschösser Äh Das hübsche Mädel Er hat da gefragt Wieso habe ich immer noch gewusst Die Spitzhacke? Weil ich äh Weil ich Eine Spitzhacke habe Guck mal was ich noch habe Schnucki Das Das Gepfunden und das Gepfunden und die werden eingeschmolzen So Wo Da hinten hin Wieso hast du die Spitzhacke? Weil ich es kann Wieso hast du die Spitzhacke? Weil ich es kann Hm So Du pumpst Ich wäre frei und du pumpst Oder willst du nicht pumpen Ja ein bisschen Ich habe viele Silber Oh Ihm verpumpen Ihm verpumpen wir haben einen pum 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 da komm richtig rausholen ich dir angucke wie du pumpt ja die spitzkirche ist nichts anderes kommt da nicht wahr doch da ist nicht mehr das war's. Oh, es ist immer, kannst du das lassen, kannst du das lassen, kannst du das lassen. Ja, ist nichts mehr drin. Wird hier funktionieren. Wenn wir jetzt daraus einen Teil kriegen, ey du, dann sammeln wir jeden scheiß Schrott auf. Oh, ich bin über 2,5 Meter tiefst. Boah! Ich weiß, was du sagst, Millie, nicht. Das ist nicht das Problem. 90 Mittwoch, ich hab keine. 90 Mittwoch, ich kam aus der Kiste. Und ich kann jetzt meinen machen. Und ich ging für 3 Stunden. Ja, ich will meinen Freund eine Sorge, wenn das okay ist. Ja, das okay. Nein, das ist nicht okay. Was? So, wir haben jetzt einmal Rot. Eisen und einmal... Äh, zweimal Gold. Das ist gefährlich. Hey, Punch! Look, der Gold ist. Oh, hey, es ist dir wieder. Oh. Hallo Person. Wait, is that stuff? Silver and this? I had 270 of them. Yeah, Balian is silver and mithril. Yeah. You need 3 mithril for a bar. You need 6 mithril and... 3 silver. Why are you swimming? Look how much silver I have. Oh shit. This video is sponsored by Bongo. Look how much rock eggs I have. Oh! So, dann würdig. Ähm, kleiner Tipp. Guck auch immer in die Kisten. Ist ja für alle immer, ne? Wenn du dann aber drin siehst. Kannst ja nehmen, denn. Ist ja für alle. So. Das ist meine Schöne. Oh ja, meine Schöne. Meine Schüchstanne. Okay, das ist creepy. Wenn du so Licht unter dir hast. Das ist echt creepy. Das ist echt creepy. Hallo. Hallo. Will wegschmeißen, bist verrückt. Ah, nimm. Was ist denn? Warum ist es glücklich? Äh, du kannst das, äh, finden. Ja. Der Front in der, der, der Mine. In der Cape. Ja, ich glaube, wir sollten das auf der Cape. Du kannst das finden in der Cape, und dann kannst du das auf... Oh, auf der Aero, kannst du das auf... Und ich gehe mit dir. Spiel den Bohnen. Spiel den Bohnen. Jesus. Okay, dann würde ich mich auch für heute verabschieden, ne? Pass auf, dass du das Deck... ... deine Sachen nicht immer... also hier machst. Ja, Infinity. Infinity heißt er. Stimmt. Infinity. Infinity. In... Oh, wieso zeig ich den Mittelfinger? Äh, nein, 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 nein. Cody, Cody, stopp! Cody, stopp! Cody, stopp! No, stopp! No, stopp! Tschüss! Der Schnucki! Haasi! Mausi! Pupsi! Ah! Oh! Oh! Das ist halt ziemlich flach! Ich hab' nicht mehr Fleisch. Ah! Du hast alle Fleisch, okay? Du hast 85 Pumken! Hä? Das ist nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich weiß nicht, warum ich mich nur geboren habe. Ich habe nur geboren. Schau, wie viel Fleisch ich habe. Du hast, wie viel Fleisch wird! Ich habe nur geboren! Ich hatte auch einen Zenschen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen-Zen. Vielen Dank.